Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie mittels SSH-Verbindung auf Ihren AWS, streng genommen auf den EC2-Mikroserver zugreifen können. Was AWS, was EC2 ist, haben wir im Grundlagenvideo quasi schon angesprochen. Hier jetzt nur, wie bekomme ich eine SSH-Verbindung darauf. Ich mache das hier unter Windows XP mit Putty. Putty haben wir schon in einem eigenen Video extra vorgestellt. Für Ubuntu oder für jedes andere Betriebssystem geht das natürlich auch. Und da wir natürlich andere SSH-Clients benutzen, unter Ubuntu haben wir einen anderen benutzt, einfach das entsprechende Video anschauen. Ist aber grundsätzlich überall das Gleiche. So, wie im letzten Video geendet haben wir hier unseren EC2-Server und der läuft derzeit. Das ist also quasi der Endstand des letzten Videos. Jetzt machen wir weiter, indem wir per Putty darauf zugreifen. Während der Installation dieses EC2-Rechners haben wir einen sogenannten Key heruntergeladen. Das kann man hier unter anderem an dem Dashboard sehen. Da haben Sie hier mindestens ein Key-Paar stehen. Klicken wir mal drauf. Hier ist es drin. Die Datei haben wir heruntergeladen und die Datei brauchen wir, denn mit Putty, wie gesagt, schon in einem anderen Video erklärt, da sollte im Komplettpaket von Putty, wir hatten in dem Video allerdings nur gezeigt, wie wir putty.exe herunterladen. Das ist das hier. Wir brauchen aber auch jetzt hier putty.gen.exe. Da mal draufklicken, dann können wir nämlich den Key hier importieren, den wir bei der Server-Erstellung heruntergeladen haben. Jetzt muss ich mir den hier nur ganz kurz suchen. Server 5 öffnen. So, das steht jetzt hier drin. Als nächstes Save Private Key. Sind Sie sicher, dass Sie das Ganze ohne Passwort machen wollen? Ja, das reicht uns. So, am Ende abspeichern unter Server 5. Enter. So, dann können wir das jetzt hier beenden. Als nächstes können wir Putty aufrufen. Jetzt brauchen wir hier von unserem Server, gehen wir nochmal auf unsere Instanz, brauchen wir hier unten die entsprechenden Informationen, denn hier steht jetzt unter anderem die IP drin, mit der wir auf unseren Rechner zugreifen können. In diesem Fall ist das hier das, was ich jetzt hier markiere, EC2 minus 174, 129, 181, 7. Damit haben wir hier auch gleichzeitig schon die IP. In diesem Fall reicht das aber. Ich werde das einfach komplett kopieren und hier bei Putty eintragen. SSH können wir so lassen. Wir können das auch speichern. Einfach einen Namen vergeben. Server 5. Speichern. Dann fällt es halt leichter beim nächsten Mal nochmal darauf zuzugreifen. Brauchen wir einfach nur das anzuwählen und Load einzugeben. So, wir brauchen allerdings hier noch unter SSH haben wir noch den Eintrag Out und hier Private Key for Authentification. Klicken wir drauf. Server 5 PPK wird als einziges erkannt. Entsprechend hier einfügen. So, jetzt brauchen wir nur noch auf Open zu klicken. Allerdings ist unser EC2 Server natürlich von einer Firewall geschützt. Das heißt, derzeit kommen wir da gar nicht durch. Müssen wir also im nächsten Schritt unsere Firewall entsprechend anweisen. Und da haben wir hier die Kategorie Networking and Security. Da haben wir da Security Groups. Da klicken wir einmal drauf. Haben wir hier unsere Default Gruppe. Die haben wir erstellt, als wir den Server erstellt haben. Haben Sie im letzten Video gesehen. Und da haben wir hier die Möglichkeit, nachdem wir das hier gecheckt haben, weitere Ports freizuschalten. Da haben wir so ein kleines Dropdown Menü. Da haben wir schon einige vorkonfigurierte Einstellungen. Zum Beispiel SSH. Wenn ich das jetzt hier anwähle, dann steht hier direkt TCP als Protokoll. Von Port 22 bis Port 22. Und Source, IP oder Gruppe. Das ist wichtig. Da muss 0.0.0.0.0 stehen, wenn Sie wünschen, dass man von jeder IP aus auf diesen Port 22 zugreifen kann. Also nicht nur Sie, sondern eventuell auch andere Freunde, Bekannte, andere Administratoren. Sie können das natürlich hier auch als Sicherheitsfeature benutzen, indem Sie die IP hier fest vorgeben. Dann kann sich überhaupt niemand anderes draufschalten, selbst wenn er den gültigen PK-Schlüssel hätte. Für Putty zum Beispiel. So, am Ende, wenn Sie diese Voreinstellung hier nicht finden, einfach die entsprechenden Daten von Hand eingeben. Abspeichern das Ganze und das war es dann auch schon. Können wir uns jetzt versuchen mit Putty aufzuschalten. So, Daten sind geladen. Open. Login. Nehmen wir mal Root. Dann kriegen wir jetzt hier allerdings die Meldung, wir sollten uns besser als Benutzer Ubuntu einloggen und nicht als Benutzer Root. Okay. Können wir auch machen. Laden wir nochmal die Einstellungen. Open. So. Ubuntu. Wir brauchen ja kein Passwort eingeben, weil wir die Authentifikationsdatei angegeben haben. Funktioniert ganz wunderbar. Wir sind drin. Ist also ganz einfach. Und für all diejenigen, die sich jetzt eventuell Gedanken machen, weil von dem Sicherheitsschlüssel, den ich ja jetzt hier gerade benutzt habe, zu viel im Video zu sehen war. Der Schlüssel wird jetzt im Anschluss dieses Videos gelöscht. Genauso wie dieser EC2 Server. Okay. Auf Wiedersehen. Bye. 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 Na, 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 na�. Angelaas kleine scores paar Jahren! Na, na. na qual. Wir warten deine Jäuerte Farm zu senkraidern. ать kauwinde aber auch Zeit. Na, na. na. na two, na. na. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020